herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch die saunaclubbox von swiss und die anderen alle weiteren informationen zu diesem album der tracklist und im boxinhalt sowie natürlich auch die links zum album und zur box findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung saunaclub von swiss und die anderen das ganze am ersten mai erschienen wir haben hier mal wieder eine box aus dem bereich deutschrap jawohl es ist das vierte album von swiss und die anderen wir haben hier eine ziemlich große box und die gab es in zwei verschiedenen ausführungen einmal die hier und einmal die hier die sehen optisch ident aus sind auch ansonsten gleich was die gestaltung und so weiter betrifft allerdings vom inhalt her unterscheiden sie sich denn wir haben hier in der regulären box das ist der inhalt also wir haben einmal die cd die dvd dann das saunaclubbadetuch und einen stempel das ist der inhalt der regulären box und ich stelle euch dieses stück hier vor hier haben wir den gleichen inhalt wie in der anderen box aber zusätzlich auch noch ein t shirt das lesen wir hier true rebel t shirt das konnte man in der größe auswählen in diesem fall habe ich mich für m entschieden ja so sieht das aus wir werden als erstes mal die folie ab machen und dann schauen wir uns das ganze an so was wir jetzt direkt auf der folie abgemacht haben verloren haben ist dieses teil hier also ein sticker ein fsk 16 hinweis bedeutet wir werden hier auch ein dvd vorfinden das ist die box die sieht ziemlich heftig aus also rein so von der gestaltung wir haben hier sehr viele tags und sehr viele schmierereien so in schwarz grau und weiß in der mitte haben wir die band und die sitzen hier scheinbar nackt nur mit einem handtuch bedeckt in der sauna passend zum album titel saunaclub dann lesen wir noch so diverse schmierereien hier lesen unter anderem idioten hier oben steht noch verpisst euch oder auch pseudo link zieht euch an ja also so diverse beleidigungen die hier drauf gekritzelt wurden zieht sich hier so von der optik durch alles in dieser schmier und tag optik ebenso auf der rückseite hier oben lesen wir wieder moment so swiss und die anderen sauna club missglückte welt das ist das label und hier unten eben der sticker mit dem barcode und der info was sich darin befindet gut dann schauen wir mal hinein das ganze lässt sich hier draufklappen trotz der riesengröße es ist eine klappbox und wir haben hier den inhalt als erstes mal das album dann haben wir eine dvd das shirt als nächstes das badetuch vor allem diesem inhalt hier ist die größe der box geschuldet und einen stempel so von innen die box in grau also sieht tatsächlich aus wie so ein chlorfreies papier eventuell recycling papier also hier wurde zumindest teilweise auch an die umwelt gedacht wir packen die box mal zur seite und dann schauen wir uns das ganze mal an also das shirt ist hier noch in folie ebenso das badetuch und dann kommen wir noch zur dvd und natürlich zum album das album auch noch eingeschweißt die dvd und der stempel waren es nicht so hier oben schneiden wir mal ein schauen wir uns das an also von der optik ist das ganze wie auch schon die box gehalten wir haben hier ein digipack auf der vorderseite gibt es wieder die herrschaften hier oben ohne swiss und die anderen sauna club dann hier ein hinweis also ein verbraucher hinweis allerdings etwas abgewandelt also der englische verbraucher hinweis die ersten zwei zeilen kennt man parental advisory aber darunter steht dann nicht explizit content sondern krank links so sieht das vorderseite aus und auf der rückseite haben wir die tracklist 12 tracks an der zahl wir haben hier features von axel kurt von wieso dann haben wir ein feature von boz reberbahn karim shoki ferris und tamasch also rap als auch punkrock sind hier vereint beteiligte barcode dann schauen wir mal rein so sieht das aus also die optik zieht sich hier so durch hier sitzen sie sogar mit diversen älteren damen in der sauna so dann kommen wir zum booklet ok wir haben hier jede menge lyrics also die tracks hier einzeln abgedruckt das ist eine menge text dann hier die erste reife dame die hier im sauna club mit dabei ist mit jede menge perlenketten lyrics lyrics dann ein doppelseitiges bild hier mit den damen in der sauna die vom zumindest vom alter her meiner meinung nach alle die mütter der einzelnen band mitglieder sein könnten alterstechnisch und zum abschluss nochmal und die credits zum album gut das war's mit dem booklet packen mit in die stecktasche dann haben wir die cd die sieht so aus in schwarz und weiß swiss und die anderen sauna club missglückte welt dann kommen wir als nächstes zur dvd die sieht so aus hier lesen wir deutschland ganz unten ausgekotzt wobei das o hier dieses kotz emojis hier ist der fsk 16 hinweis den hatten wir auch schon auf der box allerdings hier nicht aufgeklebt sondern hier wirklich aufgedruckt bedeutet den kann man hier nicht entfernen 71 minuten 32 spielzeit also knapp einen viertel stunden haben wir hier so sieht das aus also ich würde mal sagen es ist mir so eine live dvd so eine live doku vermute ich jetzt mal die gibt es wirklich nur in der box das album gibt es auch so regulär natürlich zu kaufen als nächstes kommen wir zu diesem badetuch das ist in schwarz gehalten und dann sehr farbig als wäre es ja mehr oder weniger eine reggae band oder eine die für die für fried und gleichberechtigung antritt also so regenbogen optik hier unten lesen wir wieder missglückte welt dann hier 13 23 und hier oben dann wieder swiss und die anderen ja das ist das artwork das ist die gestaltung hier des badetuchs jetzt schauen wir noch ob wir hier ja genau hier unten haben wir es einen zettel finden so soul food music distribution ok und das ganze ist 100% baumwolle und das liest man sehr selten made in holland grüße gehen raus nach holland in die niederlande wie auch immer packen wir das badetuch wieder zusammen also es ist echt groß und es ist auch tatsächlich eben ein badetuch weil handtücher sind ja dann meistens etwas kleiner aber dieses badetuch das ist echt sehr groß bedeutet da kann man sich schon recht gut drauf legen oder natürlich auch im sauna club dann seinen körper verhüllen statt den bademantel eventuell wie man möchte so wir kommen zum nächsten boxinhalt und zwar dem shirt wie gesagt das war nicht in jeder box es gab da eine spezielle auflage von boxen die exklusiv über ich glaube über den missglückte weltshop oder über wo haben wir es genau hier über den shop hier zu erhalten waren also wir haben es hier zu tun mit einem boy girl also ja unisex in der größe m wie gesagt größe war frei wählbar die habe ich mir ausgesucht und diese variante mit shirt gab es nur bei ausgewählten shops exklusiv zu bestellen ich glaube über amazon regulär gab es das shirt nicht dabei ja das ist das motiv wir haben hier die vier fressen der einzelnen band mitglieder allerdings wurden die hier scheinbar vermummt mit schwarzen ski masken wobei ich muss ganz ehrlich sagen es sind scheinbar doch nicht die band mitglieder denn zumindest hier und hier sieht mir dann doch eher weiblich aus also links unten rechts oben würde ich jetzt mal darauf schließen dass es eine frau ist die anderen zwei sind natürlich männer ja und was lesen wir hier noch hier unten suisse und die anderen sauna club und dann auch das missglückte welt logo in der mitte auf der rückseite komplett in schwarz gehalten und wir haben es bei diesem shirt zu tun mit einem gildern heavy cotton in der größe m 100% baumwolle und made in honduras grüße gehen raus wir packen das shirt wieder zusammen und kommen zum letzten boxinhalt und das ist auch eine seltenheit also das habe ich auch erst ein zweimal in einer box gesehen und zwar haben wir tatsächlich einen stempel so einen holz stempel vorne mit seinem kunststoff und hier haben wir dann was lesen wir hier nix wert nix wert ah ja ok also hier steht nicht mit glückte welt oder so hier steht tatsächlich oben und unten nix wert bedeutet wenn ihr ja wenn ihr so denkt wenn ihr da irgendwie eine person oder ein gegenstand so empfindet dann könnt ihr das natürlich mit stempel farbe entsprechend anfeuchten und dann auf die stirn der person oder auf den gegenstand wohin auch immer nix wert stempeln und damit eure meinung kundtun ja das war's auch schon wir fassen zum abschluss noch einmal kurz zusammen was sich alles in der box befindet einmal der eben gezeigte stempel dann das t shirt in schwarz in der größe m wie gesagt größe war frei wählbar das badetuch ebenfalls in schwarz mit buntem aufdruck die dvd deutschland ganz unten und natürlich das album an sich sauna club im digi pack mit insgesamt zwölf tracks jawohl das alles in dieser wunderbaren box sauna club von swiss und die anderen mich wieder natürlich interessieren was haltet ihr von dem album beziehungsweise der box schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr swiss und die anderen unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt euch auf